Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grandia. Weiter geht's. Raus aus... Moment, hab ich eigentlich noch... Was hab ich so in... Ich muss erstmal mein Inventar ordnen. 傾 style. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie viel zum... Wie viel Zaubertenk habe ich? Und den... Und den Hammer muss ich. Am Sieg kann das nutzen, aber er auch. Rap, was ist los, Nicky? Warum siehst du so verdattert aus? Wir kommen sicher irgendwann wieder. Wirklich, ich meine Tod ernst? Okay, Rap, du hast es versprochen. Denk bitte nicht schlecht über den Senior. Er ist euch sehr dankbar. Er muss an seinen Rang denken. Ich kann schon an seinen Augen sehen, dass er die ganze Nacht auf war und sich Sorgen gemacht hat. Während der Kleine aufwächst, wird sich der Kaffee ganz schön verändern. Es wird ein freies Dorf werden, nicht von dummen Gesetzen geregelt. Genau, ich bin sicher, wenn es diese dummen Gesetze nicht geben würde, könnte ich auch mit Milner sprechen. Oh, das hast du aber schon gesagt. Natürlich, dieser Bursche ist wie meine beste rechte Hand, weißt du. Tschüss, Nicky. Und wenn ich wiederkomme, musst du stärker geworden sein. Siehst du, dass denn einige hier verstehen? Also, hör auf, so ein langes Gesicht zu machen. Ah, okay, Milner, ich verstehe ja schon. Ich habe nichts dagegen, hier zu verschwinden. Und wohin als nächstes? Hm, gute Frage. Ich weiß, wir gehen also alle rüber nach Lane. Da lernt ihr meinen lieben Eudalin kennen. Eudalin weiß eine Menge. Der kann uns viel über Alend erzählen. Und auch über die Ikaria. Danke, Milner. Aber ich glaube, das ist ein ganz schönes Stück von hier. Ja, wir müssen erst die Zielwüste durchqueren. Nach Zielpardon. In der Stadt finden wir alles. Tschüss, Rap. Tschüss, allesamt. Ah, pass auf dich auf, Nicky. Wer hat nicht krank oder so? Er geht voran. Natürlich. So, jetzt erstmal durch die Wüste. Zeit zu speichern. Ich habe es zwar schon gespeichert, aber ich will jetzt nicht unbedingt nochmal diese ganzen Gespräche haben. Falls ich hier nicht schneller genug durchkomme. Denn ich habe die Vermutung, ich werde mich wieder verlaufen. Ich weiß das jetzt schon. Oh, look at me. Oh, Gift. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, das trifft alle. Nein, 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 nein Twist like a tornado! So, brennen! Und das macht ja nicht so viel Schaden! Ne, 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 ne! Das lässt du sein! Das sind sehr viele Erfahrungspunkte, wow! Für einen Kampf! Für einen normalen Kampf! Was ist das hier?! Kaktus, Mann! Ne, das wirst du nicht tun! Hallo, Sepp! Oh, Feuer ist weit höher bei ihm! Bei Justin! Bist du? Oops! Awa! So, ich heil' mal alle? So, ich heil' mal alle? Now you'll be okay! Hey! No, das tust du nicht! Glauben, ihr überlebt? Wow! Au. So, wir können mich mal auf dich. Nein, das willst du nicht. Du bist selber noch. So, wir können uns nicht wiederholen, wenn wir uns nicht wiederholen, wenn wir uns nicht wiederholen. Also Wasser f24 hoch, okay. Now is that. Na, auf wen geht das? Oh! Und was ist das? Oh! 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 Da die ein bisschen nerven, mache ich das. Axe du vor, okay. Kaktushelm. Aha. Na und was ist das? Ist das besser als das, was er hat? Also hier ist der Start. Hier liegt Geld. Hier sind Dünen überall und ich habe mich jetzt schon verirrt. Zuteil. Reinigen sich da alles gleich aus. Ah. Ja. 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 Der Ring war interessant Sandwurm? Was ist das für ein Gegner? Das trifft alle! Die wollen beide Gefeder machen! Das machst du nicht! Natürlich ist sie jetzt vergiftet! Instant vergiftet! Ich glaube ich gehe nochmal zum Startpunkt hin! Und ich weiß auch gar nicht mehr wo ich bin! Wieso gehen die hier beim Startpunkt rum? Ich weiß gar nicht mehr! 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 Ich weiß gar nicht mehr vergiftet sein! Und ich würde sagen! Hier mache ich jetzt einen Cut! Und... Bis zum nächsten Part! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!